Glückwunsch, neue Erfolgerforschung stagniert. Ja, heute ist der 1, 2, 1, 5 mal wie ihr sehen könntet. ...unter inadäquater Warenversorgung. Ja, genau, wie ihr sehen könntet, haben wir hier ein paar Problemchen. Persian Industries, der Marktführer in der Schwerindustrie. Willkommen. Ah, was für eine nette Überraschung. Was möchten Sie von mir? Für alles brauchen wir Kohle, ne? Freischalten ist nur was anderes. Willkommen bei Cassian Industries. Ich hab's halt wieder schön verdrängt. Sie werden nicht einfach nur rumstehen, oder? Äh, ne, darum kümmern wir uns noch ein anderem Mal. Guten Tag, äh, was liegt Ihnen auf dem Herd? Gut, wir brauchen Kohle, müssen wir halt erstmal andersweitig das, äh, machen. Wir müssen die Verjüngungskur, what the fuck, steigern. Die Geheimhaltung ist bei 85%. Okay, haben wir halt wieder viel zu tun. Ähm, gucken ob wir den Raumhafen vielleicht verbessern können. Äh, wir müssen auf jeden Fall die 36.000 wegbekommen. Ähm, wir haben aktuell zwei aktive Routen. Wie kommen wir zum Punkt, ja? Ähm, äh, dip, 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 dip. Die Flachsfasern würden halt schon Sinn machen. Die sind ja schon so auf ihrem Alltime High. Äh, Oldtime, äh, Old... Alltime High, so. Ähm, aber wir müssen erstmal gucken, ob wir die... ...haben lagermäßig, ja... Prinzipiell schon. Es ist nicht wie für eine Firma zu haben. Äh, ich gehe jetzt mal aus Neue, weiß ich nicht mehr, wie ich die Kamera drehe. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Ähm... Warnung, unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Flotte ist unter... Wir haben Ihnen zusätzliche Ressourcen bewilligt. Bitte setzen Sie sie mir gedacht ein. Ähm... Mensch, ich will doch hier nur... Es ist nicht wie für eine Firma zu arbeiten. Das ist so richtig... Ähm... Ja, wir brauchen... Wir müssen herausfinden, wieviel... ... oder wo wir Flachs transportieren. Äh, hier produzieren wird das... Äh, hier produzieren wir das... Äh, wobei... Produzieren wir das nicht vielleicht hier... Ne, das war die Hauptinsel, dann hier. Genau hier produzieren... Ne, hier brauchen wir Flach. Wo produzieren wir denn Flachs? Verbrauchzeichen Wir lernen wir einfach mal die Produktion. Mehr als das geht nicht. Und... Versuchen mal da nochmal ein bisschen mehr... das sind nur 2000 die wir dann mitbekommen oder wegbekommen wir müssen die Verjüngungskuren steigern das ist das wichtigste gerade Verjüngungskur haben wir hier auf jeden Fall auch so machen wir es halt so Verjüngungskuren produzieren wir hier wir brauchen Bio Harz warum zum Geier produzieren wir kein Bio Harz das ist ja komplett sinnfrei produzieren wir einfach mal packen wir mal hier ein Modular von links aus oh man jedes Mal wieder was neu ist und einfach so wollte ich es machen so viele verschiedene Games die verschiedene Dingsens haben ähm dann nochmal genau dasselbe Spiel zack 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 und zack jetzt war noch keine Überproduktion aber haben wir gleich bauen wir das schon mal komplett aus das wollte ich nicht ich bin schockiert im positiven Sinne wir haben jetzt sogar einen positiven Ertrag wo sieht es jetzt noch schlecht aus bei der Luxuskost die ja gefühlt immer ein Problem ist also zu kusein nichts Neues die Malereingabe gut die Eingabe ist gut der Platz wird hier nur weniger wir brauchen einiges am Platz für so ein modulares Ding nochmal wir brauchen ja auch prinzipiell prinzipiell erstmal nur eins wie positionieren wir das ich glaube so rum genau jetzt sind wir im positiven hätte nie gedacht dass du so konservativ bist groß deine Stimme ist wichtig ja 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 ist sehr gut dann flassieren wir das noch damit das auch wegkommt wo war denn das nochmal gleich achja hier Wildkarte ähm Konferenz wir haben 10 Dinger da bekommen willst du wirklich was bewirken? boah ich weiß halt nicht mehr wen wir hatten wir hätten Lei Sheng für die Energie und so ne bestimmt einfach mal wieder für Sheng bedankt sich für ihre Unterstützung äh für Lei Sheng ähm ja die Ende am 28.05. heute ist ja 22.05. wie ihr beim einloggen sehen konntet sprich ich versuche dann mich wieder dann so einzuloggen dass ich dann das ganze wieder die nächste Etage so gesehen mitnehme macht glaube ich Sinn das läuft hier gerade relativ gut T vois es geht es geht gua Untertitelung des ZDF, 2020